Tag auch Leute und herzlich willkommen wieder zur Rubrik der Sunday Lost Episodes und ja heute ist Wessel dran und jeder der Wessel bei mir geschaut hat weiß dass da eine Maschine war die sich nämlich geweigert hat die wollte niemals so wie ich wollte bzw ja ich habe sie niemals gelöst bekommen aber das war damals auch egal in dem Spiel weil man konnte sich quasi einen Joker oder quasi einen Fehler erlauben und das hat dann quasi trotzdem geklappt und dann gibt es noch eine Stelle mit Protoplasma die ich auch nicht erreicht habe und da werden wir heute mal versuchen die zwei Sachen noch aufzuräumen hier ich bin also in der Mine das ist hier das letzte Level im fünften Level und ja irgendwie auch ein ganz komischer Bug immer wenn man hier neu lädt dann wird erstmal direkt hier gespritzt mit der Düse also für jeder der Wessel für alle die Wessel nicht kennen man hat hier so eine kleine Spielfigur und hat verschiedene Tanks wir haben hier Wasser wir haben hier so eine explosive Flüssigkeit beziehungsweise erst mit Verbindung mit der roten Flüssigkeit wird die explosiv und hier noch eine fluoreszierende Flüssigkeit man kann kleine Fluoros erschaffen Fluoros sind so eine Art kleine fluide Roboter und ja die müssen dann hier irgendwas erfüllen so dass wir quasi das dann schaffen können so und jetzt überlegen wir noch mal hier wie das ganze hier funktionieren könnte bei dieser Maschine und ich meine ich hätte jetzt eine Idee und zwar wir haben ja hier die Möglichkeit nochmal ganz kurz hier das Licht an und auszuschalten beziehungsweise umzuschalten ich versuche gerade hier nochmal zu schauen okay also Licht an Licht aus da wird es doch eigentlich Sinn machen okay ich glaube wir fangen mal wie folgt an wir nehmen mal den Fluoros der das Licht mag den Licht Fluoros quasi setzen den hier hin und ja pusten den richtig auf mit hier dem normalen Wasser ich hoffe der reicht der geht natürlich jetzt zum Licht und jetzt muss ich mal gerade schauen was passiert wenn ich jetzt noch mal hier Hebel umlege okay dann ist da hinten Licht okay der geht jetzt kaputt eigentlich müsste jetzt kaputt gehen okay dann heißt es ich schmeiße hier den nächsten rein und jetzt hoffe ich dass da genügend Wasser dabei ist ich glaube das war nämlich das Problem auch damals so und der läuft jetzt aber dummerweise natürlich nicht nach da hinten weil ja es ist hier auch hell okay also nochmal dann brauchen wir hier hier ein Fluoros ich brauche mal die andere Düse hier diese dicke Düse weil das soll wirklich ein riesen Fluoros werden so hier machen wir Licht an genau dass er da hinläuft passiert auch und ja dann nehmen wir mal doch den Dunkelfluoro hier vielleicht also ihn hier und schmeißen ihn dann da rein steht jetzt die Frage ob der jetzt sich hier herstellt weil der wird jetzt garantiert hier rauslaufen wenn ich hier ja genau das praktisch das geht sogar okay und der wird sich jetzt ah okay jetzt wieder den anderen den schon mal hier rein jetzt machen wir nämlich das Licht hier an und dann wird der sich nämlich jetzt zerstören weil er kann jetzt nicht weglaufen ja der müsste jetzt eigentlich gleich hier genau kaputt gehen ich mache hier schnell das Licht an und hier wieder das andere das heißt hier brauchen wir jetzt wieder Dunkelfluoro den da oben rein hier das Licht an machen so müsste es eigentlich gehen jetzt die Frage was wir da unten dann brauchen auf dem letzten Step habe ich jetzt den Dunkelfluoro genommen Moment ah Mensch stopp schnell hier ausschalten dass der rüber geht oh bitte nicht kaputt gehen jetzt geht auch rüber oh nein was ist denn jetzt jetzt hat er sich nicht hergestellt oh dann schmeißen wir den nochmal da rein vielleicht klappt es ja noch aber ich glaube da ist nicht mehr genügend Fluoromasse oder ah nee leider nicht okay also nochmal jetzt müssen wir leider den blauen Zellstoff nehmen weil den anderen habe ich nicht mehr also nochmal äh stopp den hellen Fluoro brauchen wir zuerst also hier schön aufpumpen dann okay hier wechseln Dunkelfluoro hier rein da muss ich sofort das Licht ausschalten dann nicht dass da wieder irgendwas Blödes passiert wenn der jetzt unten ist so jetzt müsste der sich neu zusammensetzen ja okay da läuft er auch direkt rüber jetzt wieder den den hellen den hellen hier rein und umschalten so ist umgeschaltet der müsste jetzt kaputt gehen dann können wir eigentlich schon wieder den den lichtliebenden Fluoro nehmen wo habe ich das jetzt hier vergessen habe ich den vergessen da rein zu schmeißen jetzt jetzt habe ich gerade na komm vielleicht reicht es noch okay und hier brauchen wir jetzt eigentlich den ähm den schwarzen wieder also den Dunkelfluoro den da rein hier umschalten und ich mache jetzt hier sofort wenn der kaputt ist mache ich hier okay der wird doch jetzt der wird doch jetzt kaputt gehen oder okay und sofort das Licht hier aus dass die quasi sofort rüber laufen ja und hier hier hinten ist klar dann müssen wir nochmal den den hellen nehmen oh jetzt geht gar nichts das darf doch nicht wahr sein Leute na komm da sind so viel ist so viel Wasser da hinten oh ja okay er geht er geht er geht super okay und den hellen jetzt den hellen jetzt hier rein und hier anschalten also umschalten besser gesagt so jetzt müsste der kaputt gehen und dann müsste der eigentlich dann mache ich sofort das Licht auf der anderen Seite an und dann hoffe ich dass das reicht so sofort das Licht an komm 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 bitte nicht kaputt gehen jawoll jawoll und so wird die Maschine gelöst ja und das hatten wir damals nicht geschafft können wir nochmal runter gehen einmal runter fallen schauen wir uns das nochmal an wie das hier unten aussieht da sind wieder diese zwei Flurus drauf dann müsste die Maschine immer so ein bisschen wieder in Gang setzen und schon geht's los dann geht jetzt auch die Bonustür auf genau die hat quasi ja gefehlt so und ich hoffe dass wir hier wieder irgendwie rauskommen da muss man ist da oben da oben ist eine Leiter ok ja das war wie gesagt die eine Sache die noch offen war und die andere zeige ich euch auch gleich die müsste nämlich eigentlich gleich hier kommen hoffe ich mal sonst wird das wieder ein Spaß gleich wir nehmen mal das blaue ich glaube das ist ganz ok und ja machen die Maschine mal an so und da kam jetzt ja hier kam jetzt diese ganze Fluoromasse hier raus und ich werde jetzt versuchen die so ein bisschen so ein bisschen zu zerstören dass wir quasi hier weil die Fluoros die dann hier rauskommen die ähm machen nämlich dann auch gerne die Maschine oben aus das sehen wir hier schon und wir brauchen ah ja genau hier da kommen sie schon und ich brauche eigentlich gleich hier irgendwie so eine genau da oben kommt's schon wir gehen jetzt schnell hoch und dann kann man nämlich hier oben glaube ich dann mitfahren allerdings kommt da schon mit der Fluoron jetzt habe ich es selbst ausgeschaltet hier na klappt nicht so ganz ah und da kommt von da hinten schon der Fluorongesprung ich muss da hinten äh drauf fällt mir gerade ein ah und da hinten kommen die ganze Zeit neue ist ja schlimm dass die hier schon na der ist auch schon bereit hier na komm damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet dass ich hier mit so einem Rätsel schon wieder hier irgendwie hängen na das wird nicht klappen glaube ich da wird gleich wieder ein blauer kommen und das ausschalten oder wenn ich Glück habe kommt vielleicht doch kein blauer oh da kommt er ah ich hätte ich weiß was ich hätte machen sollen okay das sollte aber noch reichen ich kann ja noch die Düse nehmen hier mit der wir so ein bisschen ja genau uns oben halten können hier mit so einer mit so ein bisschen Rückzug Rückstoß hat die so und jetzt müsste es glaube ich ich glaube jetzt kam das gleich und das ist eine Sache ähm bin ich ehrlich musste ich ein bisschen nachgucken weil ich wäre da nie drauf gekommen wie das geht und ähm ich habe es auch schon einmal versucht und muss sagen da hat es auch nicht so richtig geklappt und zwar ähm ja ihr wisst ja wir haben noch mehrere Fluorogenerationen unter anderem hier diese dritte Fluorogeneration die hatte die Besonderheit dass sie immer zu dem ja zu seiner zu der eigenen Materie aus der ich sie hergestellt habe hingehen will und jetzt kommt der Trick ich kann nämlich auch ein Fluoro aus Protoplasma bauen und das wusste ich eigentlich so gut wie gar nicht zeige euch das jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr so ein Fluoro hier aus Protoplasma und den lassen wir hochspringen und wenn der oben ist dann sofort mehr Protoplasma dass der auch bloß hier runter will dass der wieder runter kommt ja und da kommt er nämlich weil er natürlich hier baden will und ja wir saugen dann einfach alles ein und ihr seht ja wir haben jetzt hier den kleinen Teil gut gemacht wir hatten schon glaube ich mal steht da mal 6 mal 8 ich weiß es gerade gar nicht ja aber das auf jeden Fall die beiden Sachen gewesen die hier bei Wessel noch gefehlt haben wie gesagt ein schönes Spiel wer sich das bis jetzt noch nicht angeschaut hat kann dem Ganzen vielleicht mal eine Chance geben sehr rätsellastig hab mich teilweise auch ein bisschen blöd angestellt also wenn ihr ein bisschen mal lachen wollt über mich dann könnt ihr das natürlich auch gucken ja das war die Ausgabe der Sunday ja Lost Episodes nächste Woche dann vielleicht mit UFO bietet sich ja an so kurz vor dem Release von dem neuen UFO da werde ich auf jeden Fall nochmal ein großes ätherer Schiff spielen da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein da werde ich richtig drauf gehen unter anderem nochmal mit den alten Abonnenten von früher das wird sehr sehr spaßig ich sage danke fürs Zuschauen schönes Wochenende noch bis dann adios bis dann 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 Vielen Dank.